Mein Date findet meine neuen Haare nicht schön, oder, Max? Naja, sie sind besonders. Ich wäre ja nicht, ich hätte dich nicht. Na, na, so! Jetzt ein Umstyling. Hilfe! Komm mir zu, du kannst alles machen außer blond. Oh no, clear! Oh no, clear! Weil wir keine anderen Scheren da haben. Ah, mein Piercing! Und Agnes. Nein! Soll ich dir jetzt meine Lebensgeschichte erzählen? Nein, weil mich interessiert Depressionen nicht so. Ich überlege, ob wir ganze Farbe machen oder Highlights. Tutikens wangern. Die Blondierung muss jetzt 30 Minuten draufbleiben. Okay, die Strähne sieht schon bald gut aus. Dein Ernst, ich bin jetzt blond? Fotos hätte ich davon auf Insta.